Okay, ich habe am Anfang schon eine neue Europäische Rehabilitation. Rehabilitation geht es um Motivation. Und gewisse motivationale Eigenschaften zu nutzen, die man auch von Spielen her kennt. Wenn man mal Kinder beim Spielen sieht, die im Flow sind, die ins Spiel eintauchen, dann hätte man gerne eine ähnliche Motivation auch beim Lernen. Das ist sozusagen der Anspruch oder die Idee, deswegen kommt man, so Spielelemente rüberzulegen. Oder auch diese hohe Frustrationstoleranz beim Spielen. Ich habe ein Level, Candy Crush. Ich komme im Level 224 nicht weiter. Und wochenlang probiere ich das und irgendwann klappt es. Dann habe ich einen Puss, ich probiere, geht es weiter. Dieses permanente Scheitern, was irgendwie nicht viel auszumachen scheint, sondern trotzdem durch permanente Scheitern immer weiter angewitzert wird. Ich schaffe es doch noch, jetzt habe ich es geschafft. Und ich habe es geschafft. Das hätte man gerne mehr. Oder die Skateboarder, die draußen tausendmal auf die Nase fallen und trotzdem immer wieder aufstehen und nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. So etwas hätte man eigentlich auch gerne beim Lernen. Das ist natürlich Lernen und Spielkülteste und trotzdem einen Unterschied. Also jeder weiß, Spiele, Computerspiele. Dolce, Warcraft, Kinder, Zoffen, das ist unbekommen. Lernenspiele, da wird sofort, sie sind auch so gut aufgemacht, da wird sofort gerochen, da geht es um Lernen. Und dann ist es schon interessant. Also es ist total schwer, Lernensituationen, so mit Spiele, mit Elementen anzureichern, dass sie jetzt nicht nur wirksam werden und nicht ins Gegenteil verkehrt, die ganze Situation auch unertaktiv verschreiben lassen. Okay. Wo kommt Ebification her? Überhaupt nicht aus dem Lernen. Sondern aus dem Marketing. Beispiel, Supermarkt. Payback-Punkte und so. So eine Art Game-Fication. Ich gehe was kaufen und ich kriege Punkte dafür. Wenn ich viel kaufe, kriege ich viel Punkte. Und wenn man dann nicht so viele Punkte, dann kriege ich irgendwie einen Sonderpreis. Und was ich kaufe, kriege ich. Das ist so eine ganz basale Game-Idee. Man kriegt Punkte für was, was man gemacht hat. Und Leute, durch solche Mechanismen dazu zu bewegen, bestimmte Dinge zu tun, das ist natürlich im Marketing ganz besonders beliebt, wenn man das Leute was kaufen kann. Oder irgendetwas tun, wie man beispielsweise Datenpreis geben würde. Marketing, bei einer der Realwelt-Beispiele total platt eigentlich ist, wenn man jetzt mit Ebification klappt her, wird in der Online-Welt schon wesentlich jährlich gelöst. Ein populäres Beispiel ist die App oder der Dienst Foursquare. Wer von euch ist bei Foursquare? Wer von euch kennt Foursquare? Okay. Foursquare ist ein Dienst, mit dem kann ich mich an Orten, an denen ich bin, einchecken. Also, ich bin an der Uni Braunschweig, und ich schicke ein und sage, ich bin an der Uni Braunschweig. Dafür kriege ich Punkte. Darum macht man was. Aufgefasst, Foursquare ist erreicht. Ich bin ein leidenschaftlicher Foursquare-Hab. Ich sage immer überall, wo ich bin. Also, wenn ich am Bahnhof bin, sage ich, ich bin am Bahnhof in Mannheim. Dann sage ich, ich bin am Gleis 2 am Bahnhof in Mannheim. Und so, dann bin ich noch bei Jörn aus. Okay. Warum? Also, erst einmal ist es ein Dienst, der auf lokale Informationen, auf Geodaten basiert. Wenn ich mich irgendwo einchecke, sehe ich beispielsweise, wer noch eingecheckt ist. Das heißt, ich kann, da kommt Social-Charakter, ich sehe, wer sich am selben Ort befindet, wer schon mal da war von meinen Freunden. Also, wer war schon mal an der Uni Braunschweig. Vielleicht gibt es auch jemanden, der einen Hinweis hinterlassen hat. Na, es geht um den Lokal, checkt ein und sagt, ach, Mensch, guck mal hier, der Oliver Tacker war auch schon da gewesen und hat gesagt, der Salat schmeckt super. Das heißt, man bekommt Punkt. Wenn man ein Schicksal, sieht man sowas nicht, ist das vor, was schließlich zu hessen ist. Braunschweig Hauptbahnhof, ich bin angekommen, das ist das, was ich mache beim Aussteigen, das kann man mit dem Handy, die Schuhen aus der Hüfte so, zack, 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 hinchecken und so weiter. Willkommen zurück, du bist schon seit September 12 nicht mehr bei Braunschweig Hauptbahnhof gewesen. Also, ich weiß, okay, wann war ich jetzt immer an Braunschweig Hauptbahnhof, am 12. September, letztes Jahr. Wieder in Niedersachsen, hier gibt es einen Punkt. Erstes Check-in mit Michael T. Ich habe keine Ahnung, der Michael T war, aber der war zur gleichen Zeit mit Braunschweig Hauptbahnhof. Und du hängst mit dem Mäher Michael T. Mäher, der ist Mäher-Bahnhof. Was bedeutet Mäher? Wenn ich als Person ganz oft ein bestimmtes Ort eingecheckt habe im letzten Zeitraum, dann werde ich zum Bürgerbeister. Und darum gibt es ein Wettbewerb. Wer ist Jünger-Meister am Bahnhof in Braunschweig? Wenn man den Mäher-Ship ablugst, dann fühlen wir sich gut. Michael T. ist unser Student hier. Highscores. Man kann Punkte kriegen für den Check-in, die verfallen nach sieben Tagen wieder. Das heißt, man muss immer aktiv beantworten, weil man gute Sachen hat. Und die Highscores, die Unterschiede Highscores, das habe ich auch viel gelernt jetzt im Zusammenhang, was Psychologie angewandt und so Dinge, es gibt hier nicht abschreckender Einscore, das ist die hier. Ich bin hier auf Platz 29, das mag ich jetzt mal abschrecken. Es wird aber nicht angezeigt, Platz 1 bis 28, sondern es wird nur mal so lange angezeigt, der Formel und der Hintergrund. bedeutet, ich bin nicht der Letzte, es gibt noch weiter hinter mir, und es fehlt nicht viel, den nächsten Einzelnen. Welches Unterschied zum ersten sind die Müllchen um Gottesbuch? Aber die nächsten sind ja bald da, also nur zwei von Müllchen. Dann fangt man das schon noch nicht. Das ist die Müllchen, einfach ein Heißkreuz zu sehen, wo man nur seine Näher umgeben sieht. Und dann gibt es natürlich auch die Müllchen, die komplette Heißkreuz zu sehen. Im Heißkreuz typische Element Punkte und Heißkreuz, typische Element von GAPES. Punkte und Heißkreuz kann man natürlich auch im Lernen einfinden. Für jede gewünsste Aufgabe gibt es einen Punkt, für schwierige Aufgaben gibt es mehr Punkte, dann gibt es einen Heißkreuz und kann man sehen, wo steht im Vergleich zum Gesamtpunkt. Vielleicht will man diejenigen, die schlecht zu wenigen Punkte haben, nicht demotivieren, dann nimmt man solche Heißkreuzisten hier, und man sieht, okay, ich brauche so viel Punkte, um meinen Kommilitonen anzuholen. Das ist hier so ein lokales Ways, dann muss man so ein Ways sein. Okay, Badges, auch so ein Stichwort, was ganz wichtig ist bei Danification, Abzeichen zu kriegen. Wenn ich eine besondere Leistung habe, kriege ich ein Abzeichen. Die kann ich dann, bei Forza ist es so, da gibt es hier das Abzeichen, nur nochmal, Mall-Watt. Wenn man sich in Züge nennen, mit der Mall, super, Mark, also Heim-Chick, dann kriegt man, wenn man es an vielen verschiedenen gemacht hat, Mall-Red Level 1. Wenn man dann weitermachen, über Weiter-Eins einsteigen, wenn man Level 2, Level 3, Level 5, das heißt, man hat einmal ein Badge, dann kann man wieder hat, der Badge ist noch ein Level zu steigen, das heißt, man bekommt verschiedene Level. Oder man kann eine Auszeitung an sich erhalten. oder hier bei der Schweiz-Hachsen-Badge. Der Schweiz-Hachsen-Badge kriegt man in Deutschland als dort aus. Wenn ich in vielen verschiedenen deutschen Restaurants eingecheckt habe, kriege ich den Schweiz-Hachsen-Badge. Hier gibt es den Schweiz-Hachsen-Badge Level 5. Das bedeutet, ich habe schon ziemlich erfahren, über das deutsche Lokal. Badge und Level. Hier sind sie über eine Verbundung bekannt, ob man dann irgendwann auf Level 1 für Badges oder so. Wichtig dabei ist, dass man nicht immer weiß, wann man Badges kriegt. Da gibt es bestimmte Regeln, die sind nicht alle offengelegt. Und ich kriege auf einmal eine Badge. Mensch toll, ich habe eine Badge gekriegt. Ich habe gar nicht gedacht, das ist unvorhersehbar. In gewisser Weise. Dann muss ich mal wieder aufsteigen. Supermail. Das ist ganz schön, die haben die oder Docs-Best-Friend mit hier angemeldet. Das rechtet man natürlich nicht damit, dass man ein Docs-Best-Friend-Badge kriegt, aber kommt. So freut man sich. Ganz altes Prinzip Badges ist beispielsweise beim Wandern. Ich habe irgendwie eine Wanderstrecke, da kriege ich sofort zum Schluss Abzeichen, da mache ich mir einen guten Stock dran. Jetzt habe ich die ganzen Abzeichen einen Stock dran. Und man sieht, wenn ich ein erfahrener Wanderer bin, das ist schon überall gewesen. Mir macht keiner was vor. Dort-Up-Badges und so weiter. Alle möglichen Strecken. Dann am Auto kann man sich das hin drehen und so weiter. In der Schule, Grundschule, Stände. Drei Stempel, vier Stempel, fünf Stempel, sowas was weiß ich. Kann man ja sagen, okay, was ist das Album, dass Leute hinter sowas wie virtuellen Badges hinterherjagen? Sie machen es aber. Sie machen es aber. Man macht es. Also es ist toll, sowas zu kriegen. Man freut sich, wenn man es erreicht hat, weil das steht natürlich für was. Das steht nicht einfach nur so ein virtuelles Ding oder so ein Aufkleber oder so, sondern es steht für eine Leistung, die man da braucht. Damit kann man eine gewisse Auszeichnung kriegen. Und das ist in gewisser Weise auch besser als das, was in der Schule mit Noten abläuft. Warum? Hier, deutlicher vorgestellt, wenn ich das auch umgegangen habe, die Idee von Badges ist eine Kumulation der erreichten Ergebnisse und der Erfahrungen und der Auszeichnung. Ich habe keine Bestandnoten. Eine Schule ist Noten, das ist normal im Prinzip der Auszeichnung. Hier habe ich das 1 bis 3 Szenen gemacht und hier so einen typischen Notenverlauf hinbekommen. Das ist gut, dass es ein 1 oder vielleicht ist es noch gar nicht, egal. Es sind 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 2 und so weiter. An diesen Dingen hier sieht man nicht den Fortschritt. Ich habe so viel dazugelernt in den 13 Jahren, aber es war sich überhaupt nicht benötigbar. Im Gegenteil, die sind sogar schlechter als da. Also eigentlich ist es nur so müde, das ist egal. Also, wenn ich immer eine 1 habe, habe ich keinen Fortschritt. Wenn ich immer eine 4 habe, habe ich keinen Fortschritt, obwohl ich viel gelernt habe. Wie demotivierend muss es für jemanden sein, immer eine 4-Matte zu haben, obwohl er was gelernt hat. Die Idee ist, sobald ich das gelernt habe, kriege ich einen Badge. Beispielsweise Bruchrechen-Badge Level 1. Bruchrechen-Gelerntheit, Brüche-ID-Subtrail, Bruchlevel-Badge 1. Wenn ich das irgendwie gelernt habe, zu multiplizieren, kriege ich noch den Badge 2, Level 2. Irgendwann habe ich mein Bruchrechen-Badge, dann habe ich mein Geometrie-Badge und mein lineare Gleichungssystem-Badge Level 3 usw. Wenn man weiß, wo ich gut bin, also in dem Lineare-Gleichungs-Badge habe ich nur Level 1 mit Bruchrechen-Level 3 usw. Wenn man das theoretisch über ein ganz Leben lang aneignet, bildet das Unkompetenz ab, nicht aber auch. Und nicht meine Abnot. Die Idee von Badge ist eigentlich ganz schlecht. Ich kriege eine Abzeit oder eine Repräsentation für das, was ich geleistet habe. Und wenn da noch ein bisschen Spaß mit dabei ist und ich genau weiß, wann kriege ich was, und auch jetzt habe ich mal die Deutschlands-Fan-Badge hingekriegt, das ist auch noch witzig. Das ist die Idee für ein Badge-Subtrail. Dann die Challenges und die Quests. Ich will Herausforderungen haben. Also ich will irgendwie auf jeden Fall eine Herausforderung sehen, die ich unbedingt kriegen will. Ich will den Mayership an der pädagogischen Schule einberg haben. Ich bettele mich immer mit Jana Spanagel, das ist eine Studentin, die uns ja auch im Mathe-Badge mitgemacht hat. Der braucht öfter mal den PH Heidelberg-Match. Quatsch, doch, PH Heidelberg-Mayership. Wir betteln uns. Wenn sie mal zwei Wochen nicht da ist, kriege ich den wieder. Weil ich mich jetzt in häufiger eigentlich schon kapazieren. Dann ärgert man sich und ich kriege den wieder. Vielleicht ist es eine bekannte Person, vielleicht ist es eine unbekannte Person. Dann darf man die vielleicht auch mal kennen und sagen, du bist derjenige mit dem Mayership. mitgemacht hat. Und so, ne? Dann geht man so spielerische Elemente in den Alltag hinein. Letztlich ist es ein spielerische Elemente, die in den Alltag hinein verbogen sind, dadurch, dass ich mich irgendwo hinbelege. So, Onboarding. Auch ein ganz wichtiges Prinzip beim Spiel. Ich muss erstmal hinter das Spiel geführt werden. Dazu sind eine Gehirn zu überwinden. Ich muss verstehen, worum geht es, wie funktioniert es usw. Onboarding bedeutet, ich kriege relativ schnell eine positive Bestätigung, dass ich weiter dabei bleibe. Also, wenn ich mich bei Foursquare anmelde, kriege ich erstmal den Nubi-Badge. Ah, super, gleich ein Badge kriege ich. Oh, super. Das kommt gleich so und dann freut man sich, dass man den hat und dann macht man weiter. Dann musst du versuchen, heute auch in das System hineinzuführen. Auch ganz so viel am Anfang zu erklären. Weil es ist erstmal so Grundregeln und irgendwann kommen dann weiterführende Regeln. Jetzt zeige ich dir was. Da kommen so kleine Tutorials. Und Social-Engation-Budes ist auch wichtiges Element von Gamification, also von Games, dass man im sozialen Austausch belegt ist. Hier gerade bei Foursquare sieht man, wer war noch da? Ich habe Freunde, das ist vielleicht eine Freundesliste. Ich sehe, wo meine Freunde eingecheckt haben. Ich sehe, wann meine Freunde wo einchecken. Ich sehe, wann ein Freund von mir an dem Ort gewesen ist, wo ich jetzt bin. Das sind Grundprinzipien von Gamification oder von Games, die jetzt eingemacht werden in einen Bereich, der eigentlich gar keine Gamification ist, nämlich in Foursquare. Was steckt da wieder für Geschäftsmodelle hin? Ich weiß nicht genau, was da dahintersteckt. Auf der einen Seite lasse ich natürlich meine Daten da. Jetzt kriegen wir meine Daten. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht für Werbung oder für Product Placement oder so was. Keine Ahnung. Jetzt noch eine wichtige Theorie hinter Gamification sind Spielertypen. In Finanertypen gibt es auch verschiedene Interessen bei Spielen. Bartel hat eine ganz populäre Klassifizierung, eigentlich keine richtige Klassifizierung, das sind nicht mehr so Dimensionen, wo man sich unten positionieren kann, von Spielernformen. und zwar gibt es die zwei Dimensionen, einmal Acting und Interacting, also selbst fühlen was gut, wenn mit immerhin der Meinung fühlen was gut, und hier die Post-Vorschriften passt, und dann gibt es hier die Players und die Welt. Und noch vielleicht auch so die Achievers. Achievers sind diejenigen, die in der Welt handeln und was erreichen wollen. Also die wollen Punkte kriegen, wollen Batchs kriegen, das sind möglichst viele Herausforderungen in der Welt meistern und nach Füllen stecken. Die Explorers sind diejenigen, die nicht so unbedingt Interesse daran haben, möglichst hoch in der Rangliste zu stehen oder so, oder möglichst viele Punkte zu kriegen, um etwas zu erreichen, sondern die wollten Welt erkennen, die wollen irgendwelche Dinge entdecken. Das sind diejenigen, die bei Computers spielen, obwohl es umgelöst ist, noch mal eine andere Ecke rennen und zu gucken, was da denn gewesen wäre. Also die wollen gucken, die wollen in der Welt welche werden. Bei Forstware beispielsweise, ich glaube, ich bin über einen und gucke, was haben die anderen gepostet und das gibt es hier in Google. Social Isers sind diejenigen, die mit dem Spiel interagieren wollen. Eben ist die Kommunikation und der Austausch im Spielen mit anderen wichtig. Und Killers, hart formuliert man, ich glaube, das kommt von World of Warcraft und so weiter, von Massive Online Roadplay Games, das sind diejenigen, die nicht interagieren wollen mit anderen, sondern die wollen die anderen Spiele ausscheiden. Das sind die, die Mayers werden wollen. Mehr kriegen wir, ich will andere in der Highscore schlagen, ich will andere in der Management ablubsen und so weiter. Natürlich ist man nicht in der Reinform einer von denen, sondern hat so, wie wir von Badem hat so gewisse Anteile von diesen Spiel in sich, den kann man ablegen, den habe ich vorgelegt. Vielleicht der Message ist, es gibt nicht den Spieler, sondern ich kann eine Spielumgebung je nachdem wie sie gestaltet den einen oder den anderen reizen und idealerweise reize ich alle. Deswegen gibt es auch bei Forrest früher all diese Elemente die Letztes alle die Spieler irgendwo ansprichert. Kommt so ein bisschen manipulativ rüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Angebot und eine Frage, ob man etwas spielbasiert gestaltet oder nicht spielbasiert gestaltet. Ob das was zu lernen ist beispielsweise. Ob das mit spielerischen Spaß passiert oder eher nicht spielerisch oder ist. Mag in einer oder anderen Situation passend sein oder nicht maximus.